Freunde, heute sind wir mal auf der neuen Yacht, die es im neuen Brookhaven Update gibt. Und auf der Yacht spielen wir heute Heidenzik und mit dabei ist mein Orangener Freund Vitamine. Hey, was geht Lamy? Der König ist auch da. Ganz genau, Moment mal, ich bin der König. Achso, das meinte ich doch. Oh, achso. Und Freunde, vielleicht solltet ihr schon die neue Yacht im Update gesehen haben. Die ist gar nicht mal so groß, also hier gibt es nicht so viele Verstecke. Aber wir verstecken uns nicht ganz normal, sondern wir verstecken uns mit ein paar kleinen Tricks. Also, wir benutzen dafür die Kamo-Verstecke. Das bedeutet natürlich, dass wir die Farbe von den ganzen Wänden hier benutzen und uns dann damit tarnen können. Und Moment mal, wir sehen einfach wie so kleine Nacktschnecken aus. Warte mal, du bist ein Nacki-Dail-Army. Ich würde sagen, Vitamine, da das hier natürlich meine Yacht ist und ich der Gastgeber bin, darfst du dich heute zuerst verstecken. Oh, und darf ich mir auch die Farbe aussuchen? Natürlich, das darfst du dir alles aussuchen. Ich werde hier oben einfach zählen und du darfst dich in der Zeit verstecken. Okay, dann werde ich mich auf jeden Fall mal schon mal ganz klein machen und dann wirst du keine Chance gegen mich haben. Das werden wir sehen und ich werde jetzt einfach mal hier zählen und eins und zwei und drei. Okay, Leute, irgendwie finde ich dieses Versteck hier schon mal sehr gut mit dieser Farbe. Aber da es die erste Runde ist, Leute, würde ich sagen, machen wir mal ganz einfach den hier und dann stellen wir uns hier so ran. Und jetzt bin ich damit versteckt. Ich bin mal gespannt, ob Lamy mich direkt finden wird. 120, 121, oh Mann, Vitamine, ist mir egal, ob du jetzt versteckt bist. Ich werde jetzt aber lossuchen. Na gut, wie gesagt, die Yacht ist gar nicht mal so groß. Hier gibt es nicht so viele Verstecke, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass man sich hier gut mit der Kamo tarnen kann. Oh, Lamy, du kommst mir gerade ein bisschen nah, muss ich sagen. Hau mal ab hier. Was, jetzt schon? Okay, mal gucken. Oh, ich habe dich gefunden, Vitamine. Ja, du hast mich nicht gefunden. Oh, Moment mal, das ist ja nur die Toilette. Ich dachte, das wärst du. Hä, warte mal, was für Toilette, Mann? Okay, mal gucken. Wo könntest du dich noch versteckt haben? Unter dem Bett? Nee. Hm, Vitamine, Vitamine. Kann das sein, dass du vielleicht irgendwo hier bist, oder? Ähm, also ich kann dir sagen, ich sehe dich, aber du bist noch sehr, sehr weit von mir entfernt. Okay, sehr weit von dir entfernt. Hm, vielleicht hier oben. Moment mal. Oh, habe ich dich hier? Äh, nein. Hier bist du doch auch nicht, oder? Oder bin ich blind? Aber du bist mir schon näher gekommen. Du bist in meine Richtung gelaufen. Oh, warte mal. Dann musst du doch irgendwo hier sein. Oh Gott, hier wäre das mal mega OP, wenn du dich einfach ganz weiß machst. Aber sehen tue ich dich trotzdem nicht. Was? Ganz weiß? Die ganze Yacht ist weiß. Warum sollte ich mich weiß machen? Oh, warte mal. Das klingt ein bisschen verdächtig. Du bist also weiß, oder? Nö. Oh, was? Okay, dann, äh. Haha, Leute, er wird mich, glaube ich, niemals finden. Aber du rennst da vorne rum. Ich sehe dich. Du stehst da. Ähm, ja. Oh Mann, ey. Wo sollst du denn bitte sein? Hinter der Blume? Nö. Hier auch nicht. Oder? Oh Mann, Vitamino. Ich dachte, das wäre richtig easy hier auf der Yacht. Aber, oh, Moment mal. Bist du hier etwa unten? Nee, Lavi. Ich bin auf jeden Fall oben. Aber du bist schon sehr, sehr nah an mir dran gewesen. Hm, oh Mann, Vitamino. Langsam machst du mich wirklich ungeduldig. So, du warst bestimmt hier irgendwo, oder? Ja, ich bin bei der Dusche. Ich gebe zu. Bei, bei der Dusche? Moment mal. Bist du etwa hier? Nein, natürlich nicht. Warte mal. Hä? Wo bist du denn? Oh Mann, ich sehe dich nicht. Ey, Lami, du bist einmal schon fast an mir vorbeigelaufen, als wenn du mich nicht gesehen hast. Äh, was soll das heißen, Vitamino? Äh, ähm, du musst mir einen Tipp geben. Okay, auf jeden Fall hast du recht. Ich bin weiß. Oh, okay. Na gut, ähm, das ist aber ein toller Tipp. Ey, damit kann ich doch gar nicht anfangen. Oder? Äh, Lami, okay. Es wird ein bisschen wärmer jetzt. Oh, ah, da habe ich dich. Oh Mann, ey. Hast du mich am Anfang echt nicht gesehen, wo du hier warst? Äh, doch klar. Ja, ich habe dich gesehen. Ich habe nur so getan, als ob. Oh mein Gott, das war ja so ein gutes Versteck. Oh, das war in der Tat wirklich gut. Oder ich glaube, ich war einfach nur ein bisschen zu schlecht. Okay, aber Lami, jetzt werde ich zählen. Und ich gebe dir nur 15 Sekunden Zeit. Eins, 15 Sekunden, zwei, drei, drei. Na gut, Freunde, ich habe da schon ein kleines Versteck. Ich weiß gar nicht, ob Vitamina dieses Versteck hier kennt. Aber, oh, hier kann man sich, glaube ich, auch gut tarnen. Und, okay, Freunde, ich glaube, das ist perfekt. So wird... 15, 15, versteckt oder nicht, Lami? Oh, na gut, dann, ähm, kannst du mich mal suchen, komm. Ähm... Okay, warte mal, zählt das eigentlich noch unten am Wasser? Hm, nö, da bin ich auf jeden Fall nicht. So, okay, du hast es schon mal verraten. Du bist auf jeden Fall nicht unten am Wasser. Und ich gucke jetzt auf jeden Fall erst mal, ob du irgendwie auch weiß bist. Hm, nein, das würde ich doch niemals tun, Vitamine. Hm, okay, bist du vielleicht hier oben auf der Plattform? Nein, dann bist du auch nicht. Tja, da bin ich wohl auch nicht. So, warte mal, hier geht es nach unten. Hier ist auf jeden Fall der... Du bist im Kühlschrank. Nee, da bist du nicht. Oh, oh. Hm, hast du denn eine Pizza gebraten? Gebraten? Oh, gebacken, meinst du? Naja, gebacken, gebraten ist eigentlich das Gleiche. Aber bist du hinter der Mikrowelle? Nee, auch nicht. Okay, Alter, du hast ein gutes Versteck, bin ich ehrlich. Hm, also, ich gebe dir einen kleinen Tipp. Ich habe dich eigentlich noch keinmal gesehen. Noch keinmal? Okay, ich bin jetzt bei den Betten. Bist du vielleicht im Bett? Liegst du im Bett? Nee, okay, auch nicht. Was ist das hier? Nee, hier geht es auch nicht weiter. Bist du in der Dusche? Hm, nö. Nicht? Lami, du musst doch irgendwo sein. Hä? Okay, warte mal, du bist hier nicht bei der Dusche nirgendwo. Hm, okay. Hier bist du anscheinend auch nicht. Mann, wo hast du dich versteckt, ey? Hm, aber ich glaube, bei der Dusche bist du richtig. Warte mal. Du solltest mal ein bisschen duschen gehen. Oh, ich dachte, du wärst der Kapitän. Achtung, wir tun erst mal das Schiff umdrehen. Hey, Moment mal, lass mein Schiff in Ruhe. Okay, okay, okay. Du meintest gerade, aber du hast mir einen Tipp gegeben. Ich war schon ein bisschen näher, oder? Bei der Dusche? Hm, ja, das würde ich auch so sagen. Okay. Kannst du mich sehen bei der Dusche? Ähm, ja, so ein bisschen. Moment mal, du solltest auf jeden Fall gleich eine Dusche nehmen, denn du stinkst ein bisschen. Das rieche ich doch von hier. So, ich werde mich jetzt auf jeden Fall messen. Oh, ich bin ein Alien. Egal, wo bist du jetzt? Ich bin jetzt in der Dusche. Hm, du bist jetzt... Ich hab dich null. Ich hab alle die ganze Dusche abgesucht. Du bist da nicht. Na gut, ähm, vielleicht gebe ich hier so einen Tipp. Und? Äh, warte mal. Ich höre geplätschere. Ja, ganz genau. Du hast die Dusche angemacht. Oh, ja, Moment mal. Hey, du sollst unter die Dusche reingehen. Äh, warum? Hm, weil es jetzt eine kleine Attacke gibt. Nimm das hier. Wow, wo kommst du denn her? Ja, das ist ein kleines Secret. Das zeige ich dir. Das kanntest du noch nicht, oder? Oh, mein Gott. Was? Wie OP war das denn? Mhm, mega cooles Secret, oder? Du nimmst jetzt jetzt mal die Hände hoch. Ich werde dir das ganze Geld klauen. Moment mal. Hier hast du schon mein Geld. Bitte schön. Oh, mein Gott. Danke schön. Aber ey, ohne Witz. Wie krass war dieses Versteck denn? Oh, ja. Aber ich würde sagen, wir machen noch eine Runde. Und diesmal werde ich dich nochmal suchen, okay? Okay. Ich würde mich direkt verstecken gehen. Oh, mein Gott. Hoffentlich habe ich ein gutes Versteck. Also, Labi, wenn du willst, kannst du mich suchen. Aber ich verspreche dir, diesmal wird es nicht so einfach. Na gut, das wollen wir mal sehen. Hm, aber ich glaube, hier sollte es auf jeden Fall keine Secrets mehr geben. Also, hm, so schwer kann es doch nicht sein, oder, kleiner Vitamina? Auf jeden Fall habe ich jetzt ein richtig krasses Versteck. Du wirst mich diesmal nicht so einfach finden. Hm, meinst du? Warte mal, nicht, dass du dich irgendwo reingeglitscht hast, oder? Hm, nein, nein, was soll das denn heißen? Nein, nee, wirklich nicht, Labi, aber du musst mich echt gut suchen. Denn man kann ja auch zum Beispiel in den Kühlschrank gehen, man kann auch Sachen benutzen. In den Kühlschrank, Moment mal, hier sehe ich nur Waffeln, Milch, Schokoeis und Schokolade. Okay, warte mal, ich habe jetzt mal rausgesoomt und guck mal, ob ich dich sehen kann. Aber nein, ich sehe dich tatsächlich... Oh, da rennst du! Ja, aber es geht ab, ey. Und, ähm, gucke ich gerade in deine Richtung? Hm, nee, voll kalt. Dreh dich mal oben. Okay. Ja, jetzt guckst du in meine Richtung. Aha, verstehe. Dann musst du doch irgendwo hier sein, oder? Warte mal, ich kann dich jetzt leider nicht mehr sehen, bin ich ehrlich. Hä, was soll das denn heißen? Okay. Vielleicht hier oben? Hm, oben? Hm, nee, tatsächlich nicht, aber du kannst gerne weitersuchen. Was? Oh, Mann, ey. Warte mal, bist du vielleicht unter dem Schiff? Nö, aber unten ist schon eine gute Idee. Und? Hm, Moment mal, ich war doch gerade unten. Hm, bist du dir da sicher? Ähm, Vitamine? Kann man sich hier vielleicht irgendwo hier reinbaggen oder so? Sag mal, dein Versteck ist aber nicht unfair, oder? Ähm, nee, ehrlich gesagt, also einen Bug habe ich nicht benutzt. Allerdings ist mir so nicht kalt. Äh, so nicht kalt? Hä? Was soll das denn heißen? Ja, er wird es niemals finden. Hm, bist du vielleicht bei irgendeinem Ofen oder so? Hm, Moment mal. Bist du in der Mikrowelle drin? Hm, nö, ehrlich gesagt, ähm, finde ich eigentlich die Dusche von hier aus auch ganz cool. Warte mal, die Dusche? Guck mal, ich kann sie an und aus machen. Moment mal, was? Hä? Ja, ich mach sie an und aus. Du bist aber nicht hier im Secret. Hä? Hä? Das wäre auch viel zu langweilig, Lamy. Hm, Moment mal, aber du siehst mich gerade nicht, oder? Doch, jetzt gerade sehe ich dich, ehrlich gesagt. Äh, hm, bin ich gerade in deinem Raum drin? Äh, Moment mal. Könnte sein. Bist du hier in dem Bett drin? Ich weiß nicht. Äh, wie, was soll das denn heißen? Hier? Auf jeden Fall ist es hier schön warm und kuschelig. Hä? Das heißt, du bist in der... Doch, du bist im Bett drin. Ja, ich bin in der Bettdecke. Ich hab mich unter der Bettdecke versteckt. Oh Mann, ey, das war auch ein richtig gutes Versteck, Vitamina. Ja, du konntest mich nicht sehen, aber eigentlich war es nicht cheat. Ich hab mich nur unter der Bettdecke versteckt. Das stimmt. Na gut. Ich würde sagen, in der letzten Runde versteck ich mich nochmal. Und diesmal wirst du mich auf keinen Fall finden. Denn ich bin hier wieder in einem kleinen Secret, Freunde. Ich glaube, das ist sogar ein bisschen unfair. Und hier wirst du mich, wie gesagt, niemals finden, Vitamina. Du kannst auch schon, ähm, lossuchen. Okay, ich suche. Und siehst du mich? Ähm, nein. Okay, okay. Ich würde auf jeden Fall erstmal natürlich bei den Essensmöglichkeiten gucken, weil da bist du immer... Oh, Vitamina, ich seh dich. Was geht ab? Oh, schmeckt die Pizza? Warte mal. Du hast... Okay, warte mal. Was habe ich in der Hand? Äh, eine Kamera. Und jetzt? Geld. Hä? Ich seh dich nicht. Tja, dann such mich mal weiter. Warte mal. Was plätschert hier? Lami? Du bist im Wasser. Du bist unter der Yacht. Du bist... Nein, nein. Hä? Sowas würde ich auch niemals tun. Hä? Hier plätschert's aber. Tja, Vitamine. Ich bin aber nicht im Wasser. Okay. Also heißt das, du bist auf der Yacht. Aber du hast mich doch da von unten gesehen. Mhm. So ist es. Oh, du bist doch wieder im OP-Secret. Nee. Im OP-Secret bist du auch nicht. Oh, Moment mal. Ich seh dich, Vitamine. Hä? Wo bist du? Hast du dich hier in den Waffendings versteckt? Nee. Hinter den Waffen? Hä? Hey. Hey, klau nicht meine Waffen. Warte mal, Lami. Du, bist du jetzt hier in den Betten? Nee. Nee, das bin ich nicht. Warte mal. Du kannst aber nicht auch auf dem Boot sein. Das geht nicht, weil du mich von unten gesehen hast. Ähm, Moment mal. Wo bist du denn gerade? Ich glaube, in der mittleren Etage, oder? Äh, richtig. Woher weißt du das? Da bist du. Da springst du auf der Couch rum. Und, äh, nee, da bin ich auch nicht. Hä? In Lami? Ey, Vitamine. Ich finde dich echt nicht. Wo hast du dich zum Teufel versteckt hier? Tja. Oh Mann. Ich glaube, hier wirst du mich wirklich niemals finden. Dafür wette ich sogar, mh, 10.000 Robux. 10.000, okay, warte. 10.000 Robux sagt mir nicht, dass du versteckst. Ich werde dich auf jeden Fall von mir aus zwei Wochen suchen. Okay, na gut. Aber es gibt ein Zeitlimit von zwei Minuten und nicht zwei Wochen. Okay, warte mal. Hä? Du kannst doch nicht so ein krasses Versteck haben. Lami, ich schwöre, ich habe die ganze Yacht abgeschuckt und habe dich noch nicht gefunden. Naja, ich bin, ähm, keine fünf Meter von dir entfernt eigentlich. Okay, sag mir, welche Farbe bist du? Ähm, weiß. Hast du das Versteck genommen, als ich als erstes genommen habe? Nö. Hä? Was, alter Lami? Was ist das für ein krasses Versteck? Du bist doch nicht im Wasser, ne? Nö. Hey, was machst du denn im Wasser? Hä? Okay. Wo bin ich jetzt? Ähm, Moment mal. Du bist jetzt, äh, an der Theke. Hä? Was? Und, und, und jetzt? Ähm, jetzt liegst du, glaube ich, auf diesem Liegen da drauf. Warte mal. Hä? Du weißt es einfach. Okay, Lami. Ich glaube, ich habe keine Chance. Vielleicht, ich gucke jetzt hinter diesem Beet hier, aber, ne, hier auch nicht. Kein Plan, wo du dich versteckt hast. Okay, Moment mal. Geh nochmal außen hin zum Schiff. Okay, ich bin außen, ja. Okay, am besten mal auf die andere Seite. Wie? Die Seite? Hm, warte mal. Wo bist du denn gerade? Oh, ne, auf die andere Seite. Okay, auf die andere. Jetzt bin ich hier. Ja, ganz genau. Da. Und, Moment mal. Jetzt guck mal, wer hier raushilft. Wow. Äh, was? Hä? Oh mein Gott, was ist das denn? Oh ja, richtig cooles Secret. Man kann sogar hier auf die Seite gehen. Und das war dieses Schwimmgeräusch. Oh ja. War das nicht gut? Oh mein Gott, was ein krasses OP-Secret. Aber, Freunde, das war es auf jeden Fall mit diesem coolen Hide and Seek Video. Und, Freunde, falls ihr noch den zweiten Teil sehen wollt von dem Hide and Seek Video mit Vitamine, dann checkt auf jeden Fall Vitamines Kanal ab. Da gibt es auf jeden Fall den zweiten Teil mit mir und Vitamine. Den müsst ihr unbedingt abchecken. Und, Freunde, ich würde sagen, links und rechts seht ihr noch die letzten zwei Videos. Ansonsten sehen wir uns morgen, wie immer wieder, bei einem neuen Video. Und, tschaui. Tschüss. 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 Tschüss.